Nachdenkseiten. Die kritische Website. Maulkorb für Kriegsgegner. Verfassungsbeschwerde gegen Neufassung von Volksverhetzung § 130 eingereicht. Von Florian Warwick. Der Jurist Dr. Ralf Hohmann hat gemeinsam mit zwei Vorsitzenden der DKP, Vera Richter und Patrick Köbele, Verfassungsbeschwerde gegen die im Zuge des Ukraine-Krieges erfolgte Änderung von § 130 des Strafgesetzbuches eingelegt. Sie argumentieren, dass die Neufassung des Paragrafen gegen Volksverhetzung einen Verstoß gegen die grundgesetzlich gesicherte Meinungsfreiheit und die ebenso grundgesetzlich vorgeschriebene Bestimmtheit eines Gesetzes darstellt. Zudem wird kritisiert, dass die Verfahrensweise der parlamentarischen Beschlussfassung als sogenanntes Omnibus-Gesetz, also als Anhang eines anderen Gesetzes ohne inhaltlichen Bezug und ohne die sonst übliche parlamentarische Befassung, spätabends durchgepeitscht worden sei. Die Verfassungsbeschwerde liegt den Nachdenkseiten vor. Am 9. Dezember 2022 trat das Gesetz zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes BZRG und des Strafgesetzbuches SDGB in Kraft. Im Rahmen dieser Änderung wurde unter anderem der § 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung um einen fünften Absatz ergänzt. Im Bundesgesetzblatt heißt es dazu, Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Handlung der in den § 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art gegen eine der im Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Personenmehrheiten oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer dieser Personenmehrheiten öffentlich oder in einer Versammlung in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet ist, zu Hass und Gewalt gegen eine solche Person oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Zitat Ende Weder wirkliche Beratung noch Debatte zur Gesetzesänderung In der den Nachdenkseiten vorliegenden Verfassungsbeschwerde wird zunächst angeführt, dass bis zur Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, formuliert in der Sitzung des Rechtsausschusses vom 19. Oktober 2022, dem Parlament kein Entwurf zur Änderung des § 130 Strafgesetzbuch vorlag. Des Weiteren wird dargelegt, dass bei der bereits für den Folgetag vorgesehenen Abstimmung im Bundestag am 20. Oktober zwar die Änderung des Bundeszentralregistergesetzes in der Tagesordnung aufgeführt wurde, nicht aber die daran angehängte geplante Ergänzung des § 130. Zudem wird moniert, dass die Abstimmung als letzter Tagesordnungspunkt, Top 25, um 22.15 Uhr eingesetzt war. Mit Verweis auf den dicht gepackten und eng getakteten Sitzungstag wird geschlossen, dass weder Vor- noch Zwischenberatungen zum BZRG geschweige denn zur Änderung des § 130 Strafgesetzbuch inner- und interfraktionell stattgefunden haben dürften. Auch eine reale Debatte im Bundestag zu der Gesetzesänderung sowie die weitere Argumentation habe es nicht gegeben, da aufgrund des späten Zeitpunkts der Abstimmung vier von sechs Parteien ihre Redebeiträge bereits vor dem Tagesordnungspunkt nur schriftlich zu Protokoll gegeben hatten. Dies betrifft laut Sitzungsprotokoll zwei Vertreter der Ampelkoalition, Dr. Thorsten Lieb für die FDP sowie Dr. Johannes Fechner von der SPD sowie von Oppositionsseite Ingmar Jung für die CDU-CSU und Klara Bünger für die Linke. Das heißt, von sechs im Bundestag vertretenen Parteien nahmen vier erst gar nicht an der Debatte teil. Von den genannten Parteien Vertretern, die ihre Rede nur schriftlich eingereicht hatten, nahm zudem nur der FDP Mann explizit Bezug auf die Änderung von § 130 Strafgesetzbuch. Dessen schriftlicher Redebeitrag wird in der Verfassungsbeschwerde wie folgt zitiert. Mit der ergänzenden Regelung in § 130 Strafgesetzbuch, die dem Gesetz angefügt ist, verdeutlichen wir noch einmal, dass wir das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in keinster Weise dulden. Dies wird nunmehr explizit unter Strafe gestellt. Ein wichtiger Ausdruck in Kriegszeiten. Zitat Ende. Neben den genannten Mitgliedern des Bundestages gab es noch eine vielsagende schriftliche Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung des Bundestages durch den fraktionslosen Abgeordneten Stefan Seidler. Der vorliegende Entwurf eines achten Gesetzes zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes vermischt meines Erachtens zwei grundsätzlich verschiedene Sachverhalte. Die sachfremde Ankoppelung einer komplexen Reform des § 130 Strafgesetzbuch an die ebenfalls hochkomplexe Änderung des BZGR erlaubt es mir in der Kürze der Zeit nicht, eine stringente Meinung zum vorgelegten Gesetzentwurf zu bilden. Ich enthalte mich daher. Nur AfD und Grüne nahmen an der Bundestagsdebatte teil. An der eigentlichen Debatte, die laut Sitzungsprotokoll um Punkt 22.15 Uhr von der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau eröffnet wurde, nahmen lediglich die Vertreter der Grünen und der AfD teil. Beide Reden werden in der Verfassungsbeschwerde auszugsweise zitiert. Als erster sprach der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner. Zitat Und was machen Sie? Sie denken nicht darüber nach, die Formulierung des Paragrafen zu verbessern. Sie dehnen ihn auch noch aus mit unsäglichen Worthülsen unbestimmten Rechtsbegriffen, die niemand richtig wird, einordnen können. Und weil Ihnen das so peinlich ist, weil Sie genau wissen, was für einen Murk Sie da machen, versuchen Sie, diese Änderung an ein Omnibusgesetz dranzuhängen, ohne erste Lesung, ohne ordentliche Behandlung im Ausschuss. Zitat Ende. Ihm folgte die Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Kanan Bayram. Alle demokratischen Fraktionen in diesem Haus sind sich einig, dass das strafbar sein sollte. Es ist doch umgekehrt ein Skandal, dass solche Äußerungen bisher noch nicht strafbar waren, meine Damen und Herren. Die Verharmlosung und Leugnung von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch darf nicht weiter straflos bleiben. Zitat Ende. Auf diese zwei Redebeiträge beschränkte sich die gesamte Bundestagsdebatte um die einschneidenden Ergänzungen des Paragrafen 130 Strafgesetzbuch. Danach folgte die namentliche Abstimmung. Um 22.46 Uhr gab Bundestagsvizepräsidentin Pau das Abstimmungsergebnis bekannt. Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines achten Gesetzes zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes bekannt. Abgegebene Stimmkarten 608. Mit Ja haben 514 Abgeordnete gestimmt, mit Nein stimmten 92 und es gab zwei Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Einschränkung der Meinungsfreiheit Vor diesem Hintergrund wird in der Verfassungsbeschwerde neben den aufgezeigten formalen Defiziten im Gesetzgebungsverfahren insbesondere auf den Aspekt der durch die Änderung von Paragraf 130 Absatz 5 erfolgten Einschränkungen der Meinungsfreiheit verwiesen. Im Wortlaut heißt das dazu Wenn historische Fakten nicht mehr als Orientierung im Rechtsgutschutz gelten, sondern Wertungen, ist eine schrankenlose, vom jeweiligen Zeitgeist geprägte Strafverfolgungsmöglichkeit geschaffen. Dies wird auch daraus deutlich, dass es noch nicht einmal eine Grenzziehung derart gibt, dass ein Gericht gleich welches festgestellt haben müsste, welche konkrete Völkerstraftat vorliegt. Die Kriterien zur Definition eines bestimmten Vorgangs als verfolgungswürdig im Sinne des Paragraf 130 Absatz 5 Strafgesetzbuch hängen damit allein davon ab, welche Meinung zu diesem oder jenem Sachverhalt gerade vorherrschend ist, welche Einschätzung gerade in den öffentlichen Medien vorzugswürdig opportun erscheint. Zitat Ende Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das Urteil des Berliner Amtsgerichts Anfang Januar 2023 gegen den bekannten Berliner Friedensaktivisten Heiner Bücker, der in erster Instanz in Form eines Strafbefehls zu einer vierstelligen Geld- oder ersatzweise 40-tägigen Haftstrafe verurteilt worden war. Die damalige Begründung? Er hätte in einer Rede anlässlich des 81. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2022 erklärt, man müsse offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Diese Aussage, so die Begründung vom 3. Januar 2023, billige den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine und hätte das Potenzial, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen. Zitat Ende Die Nachdenkseiten berichteten, innerhalb des Artikels verlinkt. Die aktuelle Verfassungsbeschwerde schließt mit der Aussage Die Norm des § 130 Absatz 5 GG vertunnelt den freien Raum öffentlicher Debatte, indem er zulässt, dass eine bestimmte Meinung zu einem historischen Vorgang, im Übrigen gleich wo auf der Welt er stattfand, stattfindet oder stattfinden wird, mit strafrechtlicher Sanktion gegen Andersdenkende durchgesetzt werden kann. Präventiv unterbindet er damit auch zukünftige Debatten zur Einschätzung historischer Vorgänge. Ein jeder wird sich angesichts der Tatbestandsmerkmale des § 130 Absatz 5 Strafgesetzbuch intensivst überlegen, ob er überhaupt eine Position zu einem Vorgang einnehmen soll, bevor nicht die situativ bestimmende herrschende Auslegung hierzu verbreitet worden ist. § 130 Absatz 5 Strafgesetzbuch schränkt die Meinungsfreiheit in verfassungswidriger Weise ein. Das Gesetz ist daher für nichtig zu erklären. Zitat Ende Die Einreicher der Verfassungsbeschwerde, Vera Richter und Patrick Köbele, erklären die Motivation für ihren Schritt wie folgt. Wurde der Volksverhetzungsparagraf in der Vergangenheit viel zu selten gegen die Leugnung und Verharmlosung der Verbrechen des Faschismus eingesetzt, so soll er jetzt als Waffe gegen all die genutzt werden, die die Aufrüstungs- und Kriegspolitik, die die NATO-Gefolgschaft der Bundesregierung, ablehnen. Das ist Teil einer Politik des reaktionären Staatsumbaus, die wir auf allen Ebenen, auch auf der juristischen, bekämpfen. Wir gehen davon aus, dass die Neufassung des Gesetzes verfassungswidrig ist. Zitat Ende Viel Illusionen hinsichtlich der Erfolgsaussichten sollte man sich allerdings nicht machen. Die Jahresstatistik des Bundesverfassungsgerichtes weist eine Erfolgsquote von 1,29 Prozent der im letzten Jahr eingelegten Verfassungsbeschwerden auf. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. guys Untertitelung des ZDF, 2020